Die moderne Architektur-Erfassung lehrt uns, dass sich die Gestalt eines Gebäudes am besten aus der bestmöglichen Realisierung des angestrebten Nutzens entwickeln lasse, formvoll aus Function. In Berlins Mitte steht nun ein im 21. Jahrhundert gebautes Museum in der Gestalt eines Herrscherpalastes des 18. Jahrhunderts. Das Täuscherische liegt nun in der These, dass dies keinen wesentlichen Unterschied bedeute, was in etwa gleichbedeutend ist mit der Behauptung, dass Fortschritt unmöglich ist. Immerhin eine Aussage, auch wenn uns diese nicht gefällt. Und sie sitzen und sie tauschen in den Augen und aus und sie mir Und dass sie eigentlich sich beide an die Änderung sammeln hat. Und auf jeden Fall, er küßt sie. Er küßt sie und sie, sie lässt es stehen. Und sie hat es nicht mehr.